Jo, da bin ich wieder und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty, äh, ja, weil das aber voll Call of Duty hier ist, wir spielen Call of Duty Black Ops im Multiplayer, das sieht man auch hier, überall, am ganzen System, ne, Spaß, da habe ich mich einfach mal verblabbert, das passiert mir eben auch mal. Also wir spielen heute Battlefield 3 im Multiplayer, ähm, auf der Map Damaband Gipfel Modus Rush, ich habe hier die PP19 und ich weiß nicht, warum ich die ausgerüstet habe, kann mich eigentlich nicht entsinnen, dass ich die ausgerüstet hatte, aber, pff, naja, passiert, anscheinend. Ähm, das war schlecht, durchdacht, dass ich jetzt hier nachlade. Joaah. Vorsicht, ich habe einen feindlichen Scharfschützen gesichtet, over. Wahnsinn, das sind viele hier. Ähm, ja, Modus Rush, bin gerade frisch gejoint, also, und die Runde geht auch gerade erst los, also, wir verpassen in dieser Runde nichts. Den, den will ich mir jetzt holen. Nicht, denn darf, ja, darf ich, gut. Ah, geht doch. Ähm. Dann habe ich schwer verwundet, aber er lebt noch. Ah, keine Munition mehr. Oh je, oh je, oh je, oh je. Ah, das war jetzt nicht so gut. Hätte ich vielleicht aufpassen sollen. Naja. Ähm. Anpassen, was kann ich denn hier anpassen? Was gibt es denn Neues, Tolles? Äh. Irgendwas Tolles, Neues zu entdecken hier. Ach, für die PP19. Den Razor Pointer, ja, weil ich den auch voll brauche. Ähm. Ich nehme da, ähm. Nehmen wir mal die M416. Keine Ahnung, wieso ich nehme die jetzt halt mal. Hier ist gerade danach. Und die ist auch nicht schlecht, die Waffe. Ich finde es allerdings sehr schlecht, dass wir jetzt hier die Funkstation am Verlieren sind. Boah. Okay, da hocken sie ja auch alle drin. Also das kann ich jetzt eigentlich vergessen, die irgendwie zu entschärfen. Da. Alter, ich habe auch nur Snipe um meinem Squad. Das ist ja ätzend. Das macht ja sogar keinen Spaß. Boah, und jetzt laggt es. Das macht auch keinen Spaß. Oh je. Was geht denn hier ab? Da gehen die FPS ja gleich mal in die Hose. Boah. 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 Na ja, dann haben wir den auch mitgenommen. Ach du Kacke. Dankeschön. Komm. Boah. Jetzt erst mal durchatmen. Boah. Boah. Toll. Läuft ja eigentlich alles andere als super hier, aber. Hilfe bei Kill. Hurra. Mindestens belitt der uns wieder. Aber sicher. Ich stehe vor, Thomas Kuss. Befeuert. 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 Hä? Wat? Achso, die hatten schon keine Tickets mehr. Das ging ja flott. Das ging ja sehr flott. Hm. Okay, na dann. Hab ich. Ja, hier kann man mal sehen, was sich alles so toll ist. Man die ganzen Erfolge. Das war ja eine so erfolgreiche Runde. Boah. Hm. So. Ähm. Nun ja. Hab ich irgendwas zu erzählen. Ähm. Ich kann ja... Weil ich muss jetzt die Ladezeit wieder überbrücken und halt erstmal jetzt hier die 10 Sekunden noch und dann... Ich rede jetzt einfach mal über das letzte Video, was ich hochgeladen hatte, also neben Terraria jetzt, ähm, die Minecraft-Bewerbung, weil wir haben ja einen Minecraft-Server, also ich und meinen Freund, also den hat er und ich bin da admin drauf und wir beide und so. Und, okay, neue Runde, jetzt bin ich wahrscheinlich Angreifer. Also wird die Ladezeit nicht so lang sein. Ähm. Na, wir haben da jetzt ein Bewerbungsvideo gemacht, könnt ihr euch einfach mal anschauen. Wenn ihr irgendein Interesse habt, auf den Server mit uns zu spielen, dann schickt mir einfach eine Bewerbung und schaut euch einfach das Video an. Und da ist alles gesagt. Und... Wer gibt's da eigentlich nicht zu sagen? Ich mein, es wäre vielleicht logischer gewesen, hätte ich das in Minecraft-LP gesagt und nicht in Battlefield-LP, aber naja. Ist da eigentlich auch egal. Das war jetzt nicht so egal. Ach, du Kacke. Ja, super, das fängt ja natürlich wieder perfekt an. Natürlich. Ich muss hier weg. Nein, ich brauch grad gar nichts, danke. Ja, so wird das nichts. Okay. Wie stellen wir das jetzt? Dankeschön. Ist da jemand? Ja. Na komm. Oh! Da ist einer. Okay, so gewinne ich hier kein Brot. Äh, ich weiß gar nicht, was der Sprung jetzt sollte. Keine Ahnung. Die kam irgendwie, glaub ich, aus meinem Unterbewusstsein, weil ich Hunger hab. Boah. Ich hab keinen Bock eigentlich auf die Waffe. Ich bin eigentlich... Was ist denn nicht denn? M16A4. Oder? Mit dem M16A3. Bei so dreifach Schuss-Fan bin ich eigentlich gar nicht. Keine Sorge. Ich bin Arzt. Hier kann ich nicht mehr. Das ist super. Das war natürlich voll schlau von mir. Na ja. Ist ja nicht so, dass wir jetzt hier verlieren, wenn ich weiter so verschwenderisch mit meinen Tickets umgehe. Aber... Was hab ich grad eben gesagt? Äh... Irgendwas mit verschwenderisch und Tickets. Aber... Ja, genie. Das wird ja mal besser hier. Na ja. Ja, hier ist dein Medikin. Achtung, die Sprengnade wird geschlossen. Was soll ich denn da machen? Im Einsatzborn ist aber kein Fahrzeug oder so. Den Heli haben die auch grad nicht in der Luft. Das ist das leicht sinnlos. Wir haben das Einsatzziel ausgeschaltet. Over. Wenn ich da jetzt runtergehe, dann sterbe ich. Boah, wie viele hier aber auch überall sind. Okay, ich mach jetzt hier einfach hier Rush-Angriff. Weil wir spielen hier auch den Modus Rush. Darf ich das machen? Okay, da ist alles still. Okay, weil... Still nicht, aber leiser. Boah. Toll, er hat mich getötet. Und wie hat er mich getötet? Keine Ahnung. Wahrscheinlich bin ich von dem Haus irgendwie mitbegraben worden, obwohl ich einen Meter daneben stand. Boah. Was geht mir... Was willst du von mir, ey? Ja, genau. Boah. Also, so gewinne ich hier nix, wenn... Das hat meine Oma immer gesagt. So gewinne ich hier keinen Blumentopf. Boah. Dankeschön. Dankeschön habe ich... Jetzt hat er meine Klasse... Achso, der hat meine Klasse genommen. Natürlich. Verstehe. Finde ich super von dem. Überhaupt nicht, weil ich mag das jetzt nicht, mit der Klasse jetzt hier so sein. Gefällt mir mal gar nicht, aber... Ich kann es nicht ändern, ansonsten wäre ich jetzt... tot. Und ich komme mich nicht hinlegen oder ducken oder gar nichts. Aha. Was haben wir denn noch so schönes an Waffen hier? Die AEK, die F2000... Die L85A2. Oje. Ich bin jetzt einfach hier mal am Waffen durchchecken, weil... Autsch. Weil die meisten von denen habe ich noch gar nicht getestet. Ist... Beziehungsweise... Noch nicht so richtig gespielt. Also getestet habe ich eigentlich fast jede schon. Deswegen habe ich bei manchen auch schon was freigeschaltet, aber so richtig gespielt habe ich sie noch nicht. Na super. So, einfach Leute reanimieren, dann kriegen wir schön Punkte. Und Leute töten, dann kriegen wir auch schön Punkte. Und schon sieht meine Quote doch wieder etwas besser aus. Und jetzt dürfen wir gleich da runterspringen. Wenn wir da jetzt weiterkommen. Und das ist jetzt mein Ansgriff, weil ich liebe es da runter zu springen. Das macht mir so viel Fun. Wie es gleich alle hinrennen. Die fliegen auf dem frischen Haufen. Autsch. Das ist so schlecht. Wow. Wow. Lex. 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 Da werde ich angeschrieben. Nee. Achso, er spielt jetzt Battlefield. Okay. Ähm. Also so schlecht ist die Waffe nicht. Muss ich sagen. Also wenn ich damit was treffe, dann ist sie nicht schlecht. Und ich treffe nicht mit vielen Waffen. Nur mit den guten. Die ist eigentlich sehr genau. Und macht auch recht, also Normalschaden, sagen wir mal so. Natürlich. Was denn jetzt? Mal schauen. Was steht dran? Deine Verbindung zu EA wurde unterbrochen. Also wenn ich jetzt erneut verbinde, dann bin ich in der Warteschleife. Und darauf habe ich jetzt keinen Bock. Okay, wir haben jetzt die 15 Minuten voll. Ich mache jetzt einfach hier den Cut. Bis zum nächsten Mal. 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 Hat mich gefreut. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.